Wieder in Betriebnahme des Aerofix. Der Aerofix kann im Auto oder im Lager mehrere Wochen so ungereinigt liegen bleiben. Das Material im Schlauchbeutel ist immer noch frisch. Was machen wir? Wir nehmen die verschmutzte Luftdüse ab. Schrauben den Sprühkopf ab, entfernen die Materialdüse. Dann prüfen wir den Sprühkopf auf Verschmutzungen und reinigen diese Verschmutzung gegebenenfalls. Dann setzen wir, wenn hier auch alles sauber ist, im Luftbereich zwischen der Außenhülse und der inneren Zylinderhülse eine neue Materialdüse auf, schrauben dann den Sprühkopf auf, eine neue Luftdüse und dann ist der Aerofix einsatzbereit. Lager mit dem Sprühkopf ab, verschra Senf aus.